ARD Text im Auftrag von Funk Na ja, ganz locker runter Wir haben Zeit Die Scheiße, wenn man den Anhänger verloren hat Das ist Radio Mirror Park Broadcasting nichts but music You'll wanna pretend you discover Don't worry Your secret's safe with me I protect my sources too And I'm 100% locavore About everything Weasel News Four jurors in the Redwood Cigarettes Class action lawsuit Have been murdered Women are desperate So, fahren wir los, jetzt It's over on the other dock So, they've been guarding One of them dry docks We can take a look at it But no one's allowed around there Normal rules don't apply to us, Floyd We're going in I don't know Rules apply to me my whole life I like rules And look at you You're a failure You're in a loveless relationship What do you mean? Loveless? I love Deborah If she love you She'd be here, wouldn't she? But she's not You know I'm insecure You've got a dead-end job What? Dead-end? No Scheiße You're abused by that woman You're abused by these slave drivers I mean, I've never worked so hard in my life It ain't so bad I've been doing this every day for ten years Only usually with less of the criminality You're wasting your life, Floyd It's lucky we turned up when we did I'm saving you from yourself We ain't heard from Wade What are you, his mother? He's fine No, spillage shouldn't take this long to contain There must be a lot of it Good Keep him busy while we get to work Ach nein Come on You're sure you can operate this vehicle? He has to do this as a tie-dide I don't know Okay Ähm Boah, was machst du denn jetzt hier? Ja, okay Bisschen fehlgeschlagen, schon gut Darum wurde ich stehen gelassen, ja Ich will es nämlich nochmal machen Vom Kontrollpunkt aus Ich habe das nämlich nicht gut gemacht Und deswegen will ich es gerne nochmal machen In Ordnung Habe ich kein Problem mit Ich habe es scheiße gemacht Dann mache ich es halt nochmal Es ist kein Problem für mich Es ist auf der anderen Seite der Port City So they've been guarding one of them dry docks They'd be here, wouldn't she? I mean, I've never worked so hard in my life Alles klar Ja, sei jetzt haben wir es auch geschafft Hey, 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 hey You can't come through here It's restricted access No entiendo Nein, ich verstehe! Manifesto! Manifesto sagt, dass es hier geliefert wird! Hey, stop! Where the fuck do you think you're going? Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Manifesto! Ich glaube, ich sage niegelsch! Manifesto! Manifesto! Das ist ein Wunsch! Manifesto! Ich bin nicht schluss! Das ist ein Wunsch! Komm! 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 Entschuldige. Ich bin nicht allein. Alles klar, begibt dich zu Floyd's Department. Nicht sehr nett von unserem Herrn Trevor. Allerdings, naja. Wichtige Dinge haben wir gebracht. Bekommen. Uns geholt. Außer wir kennen ja so Trevor. Wir kennen ihn ja so. Und nicht anders. Sie haben wirklich etwas überrascht. Der船, Meriweather. Ja, ja, ja. Ich weiß. Sag mir über den船. Wenn wir einen Mann mit einem Schrauch auf der Brücke und einen Mann auf dem Bord, ich denke, wir haben eine gute Chance aufzunehmen. Wie es mir sieht, ist ein Container unter dem Deck. Sie sind es für die Regierung. Sie halten es aus den Büchern. Es ist eine technische Militär-Technologie, die wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ich habe nur ein Manifest gefunden. Sie testen etwas aus dem See. Es muss das sein. Jetzt zurückkommen zu arbeiten. Der TPI-Konglomerate ist nicht lebendig. Es gibt nur einen Mann-Auswärts. Natürlich, ja. Aber ich werde versuchen, zu holen all die Informationen, die ich auf Meriweather zu bekommen. Ich habe ein Buch hier, woanders. Aber信 uns. Das ist wirklich real. Wir können quasi garantieren, dass ein reales Apokalypse passieren wird bald. Oder die Innovation-Apokalypse geteilt. Heute ist eine Investition in das Inevitable. So, noch 2,8 Kilometer und dann sind wir auch wieder bei Floyds Apartment. Dort, wo wir Floyd treffen und wahrscheinlich, wahrscheinlich Floyd treffen und auch wahrscheinlich Wade. Mal gucken, was mit dem so los ist. Ja, und das heißt ja wohl, wir stehlen da wieder was. Irgendwas, ähm, Regierungsähnliches. Würde ich behaupten. Und, äh, ja. Ich denke, das wird eine Riesenaktion wieder. Und gut, gut Money einbringen. So. 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 Ist jetzt kein schönes Auto, muss man sagen. Und, äh, muss ich sagen, können wir das Radio ausmachen. Denn das sind jetzt auch nicht die, also, es sind auch schon natürlich coole, coole Tracks und coole Radiosender. Aber, natürlich alle GEMA geschützt und deswegen, äh, versuchen wir die natürlich nicht so zu spielen. Ja, das, äh, das war auch wahrscheinlich, also, es ist, glaube ich, nichts passiert bisher. Aber, Sicherheit ist Sicherheit und so. Und bei Sorbus zum Beispiel, äh, wurde das ja alles geclaimt. Also, äh, hier, ne? Äh, ich glaube, die Videos, das heißt, die Videos werden gesperrt. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Videos gesperrt werden. Und so, und, äh, das will ich natürlich nicht. Ich will die natürlich dann, äh, auch hochgeladen haben. Und deswegen versuche ich dann entweder das Radio ausmachen oder drüber zu reden. So, dass man das halt nicht mitbekommt. Manchmal ist es auch so, dass es eigentlich ganz in Ordnung ist. Aber, naja, manchmal, manchmal. Es ist halt so, man ist es manchmal so. So, ja, komm hoch. Oh, ho, 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 what in the name of all things holy? I, I, I tried to stop it. But, it just kept coming and coming. Oh, it's, there, there, Wade. Look, 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 it's not, Betty, you're just not cut out for honest work, alright? Oh, ho, 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 ho. Ja, did you get what you needed? Yeah, 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 more or less. Yeah, I just got to, uh, figure out a place to plan this now. Alright, this will do. Die Frau ist nicht gut. Kein Mensch versteht, warum Floyd sie benutzt ihn so. Das ist ein wenig Selbstvertrauen, Wade. Wir müssen sie zurückkehren. Jetzt! Und? Da, perfekt. All right, so, based on my observations, I'd say these Meriwether Security cocksnots are sitting on something real valuable. I think they got two of these things, but we only need one. First one is on that freighter in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here, which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. We need a guy to plant the bombs, a guy to look out for them with a rifle, and a guy to grab the thing, whatever it is, underwater. That means stealing us a submarine, of course, but you can find us one of them, can't you? Huh? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. We go out there, look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? To the cargo? Alright, so, what do you think? Container ship or whatever is offshore? What is the method for the raid, uh, Frachttau or the sea? ich weiß nicht also das sieht aus nach flugzeug und panzer nicht so geil das sieht aus eher nach u-boot mäßig ich denke ich nehmt a ja es gott be the container right well you and floyd can help and will bring along michael and his unpaid intern you okay all right what is that smell oh we are going straight to the local union rep wade here was injured in the performance of his duties human waste has seeped into his very pores and i am sorry to say this but i don't think he's ever going to smell normal okay you can't go to the union you are union all right and you vouched for us all right you look at him man smell him smell him trevor trevor i you're planning a robbery on my place of work you violated mr raspberry jam and god alone knows what else damaged deborah look my lady and my union that's all i got so why don't we just uh why don't we just let this all slide huh if you're comfortable with what's happened to your cousin then so be it all right but i would give him a bath and rinse him off no no back outskundschaften des hafens mission site control book care angestellte minis monats perfekte überwachung ehrliche arbeit alles klar super 88 prozent silber läuft so gucken wir mal gucken ah noch nicht okay egal ich will sowieso jetzt aufhören aber ich will erst mal schlafen gehen michael ruft an ah trevor hey mikey hey listen loving it here in ls really settling in getting my first enema tomorrow anyway i heard about some action yeah huh yeah okay oh you bet it's okay listen i gotta do a little prep work but so far it's looking pretty day state i need you to bring along that kid you been hanging with franklin und ich werde mich dann auch verabschieden denn ich hab dann auch genug erstmal aufgenommen äh grasworts in die abholung drei sind eine gruppe wieder vereinte freunde drei sind eine gruppe oh gott ähm das habe ich sicherlich mit ähm michael gespeichert dann habe ich wahrscheinlich nehme ich wahrscheinlich das hier so alles klar äh ja wir gehen mal auf pause ich schläge meinen controller zur seite im moment ähm so ich würde mich gerne äh verabschieden und zwar würde ich mich gerne bedanken bei euch fürs zu sehen und ähm wenn es euch gefallen hat dann lasst doch ein like da schreibt vielleicht noch einen kommentar wenn es euch gefallen hat oder was man doch verbessern kann theoretisch und was es euch gut gefallen hat und äh generell einfach was euch aus dem herzen liegt schreibt es in die kommentare ja falls ihr mehr von mir sehen wollt immer und immer up to date sein wollt immer hier neues video kommt raus direkt okay ich hab's ja wenn ihr das sein wollt immer up to date dann klickt auf den abonnieren button der unter dem video sein sollte oder geht auf meinen kanal und dann auf abonnieren keine ahnung gibt ja genügend möglichkeiten äh ansonsten wenn ihr noch lust habt dann könnt ihr die videos oder das video hier auf facebook teilen mit euren freunden teilen auch einen freund zeigen damit meine community noch größer wird und ich noch mehr zeigen kann und ich auch noch weiß okay die leute wollen die leute wollen mich sehen kurz sozusagen also natürlich in anführungszeichen also ne äh und dass ich dann noch größer werde beziehungsweise ich bin im Moment relativ klein meinen stolzen guten aufgerundet 45 abonnenten ich weiß nicht ist es zu aktuell haben wir 44 abonnenten also mein kanal und ähm dass da noch was äh was rauskommt ne also das wäre sehr nett ja ansonsten sage ich dann haut rein bis zum nächsten mal wir sehen uns ciao ciao